hallo meine lieben ja nicht mehr lange und dann ist halloween ja und ich habe mir gedacht ich mache mal eine kleine verlosung ich habe ein paar sachen gebastelt und zwar einmal hier so eine lebensfest also lebensmittelfeste schachtel da könnt ihr dann ja irgendwelche donuts oder keine ahnung also die heißt eigentlich donut schachtel kann man natürlich aber auch andere lebensmittel rein tun die habe ich einmal gebastelt hinten und unten ist sie dann habe ich so eine schüttelkarte hier gebastelt da sind so ein paar fledermäuste geister kürbisse und totenköpfe mit drin und man die aufmacht sieht sie so aus und hinten ist sie ganz schlicht und dann hatte ich noch so ein paar klammern hier gefunden und dachte mir diese drei sachen hier werde ich verlosen und dafür müsst ihr auch gar nicht viel machen ihr braucht einfach nur abonnent dieses kanalt sein ihr müsst 18 jahre alt sein und ihr müsst unten in die kommentare einen kommentar mit hashtag halloween nicoles bunte welt also komplett zusammengeschrieben das muss in eurem kommentar auf jeden fall vorkommen und sobald dieser hashtag dabei ist da werde ich dann jemanden von euch auslosen ok lieben ja ich hoffe ein paar von euch machen mit und euch gefallen die sachen und dann sage ich bis bald bis bald